Ich glaube, wir hatten einen Einschlag. Auf mein schönen Feld? Ja, genau das wollte ich. Ja, wir können Hartholz sammeln. Oh, endlich, wir können Hartholz sammeln. Nice. Du hast letzte Nacht einen Einschlag gespürt. Ah, genau das wollte ich. Genau das wollte ich. Jetzt können wir Hartholz sammeln. Jetzt wird alles besser. Ab jetzt geht's bergauf. Ha! Sehr fantastulös. Ja, Schrott brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ich muss niesen. Entschuldigung. Und jetzt sind wir mal ganz ehrlich, den braucht keiner. Es tut mir leid, aber ich brauche keinen Dehydrator. Ich brauche den einfach nicht. Ah, schön. Gut, die sind noch nicht fertig. Glück gehabt. Aber ihr seid fertig. Schön. Dann kann auch gleich da wieder der Reis angesetzt werden. Zack. Hat das schon immer? Guck mal, wie dauert das so lange? Gehen wir mal ganz ehrlich. Die Cranberries sind ein bisschen langwierig, oder? Und so unendlich viel Geld gaben die Cranberries jetzt auch nicht an. Cranberries sind ja auch etwas, das wächst permanent nach. Das kommt jetzt ja alle zwei Tage, die Cranberries. Okay, weißt du was, bevor wir das jetzt machen, werde ich ja mal ganz kurz verkaufen. Beziehungsweise Platz schaffen. Ich werde langsam voll. Nur mal so gesagt. Langsam gehen mir bei den Kissen Platz aus. Oh, ich bin halt so ein faul Typ, der... Ja, weiß ich auch nicht. Ich bin ein Lulatsch, es tut mir leid. Wir brauchen definitiv Kupfererz. Musste ich morgen kaufen. Heute hat die Schmiede zu. Wir brauchen definitiv den Schmelzofen. Wir müssen unbedingt Glas einschmelzen. Das ist jetzt langsam ganz wichtig, weil wir halt für alles Glas brauchen. Wir brauchen für die Einmachgläser Glas. Wir brauchen für die Fiolen da Glas. Wir brauchen für alles Glas. Wir brauchen Glas. Oh, hier ist der Einschlag. Was gibt es? Oh, 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 oh. Dankeschön. Nicht so, dass ich es brauche, aber trotzdem danke. Wollen wir erstmal 20 Osmium-Erz bekommen. Damit können wir unsere Sichel aufwerten. Ich geh jetzt meine Sichel aufwerten. Oder können wir... Geht das schon? Ich weiß es nicht. Ich glaube, uns fehlt ein Barren dafür, ne? Mist. War geizig gewesen, der... Der Dingens. Naja, die Kohle muss ja auch noch irgendwo hin. Oh Gott, ich bin so einfach... Warum... Okay, ihr habt es geschafft. Seid ihr jetzt zufrieden? Ich hab noch eine Mülltruhe gemacht für hier draußen. So. Gott, ich halte das nicht aus. Ich halte das nicht aus mehr. Wir haben auch absolut gar kein Glas mehr, ne? Wirklich gar nichts an Glas. Wir haben Fallen. Stachelfallen. Brauche ich auch eigentlich überhaupt nicht. Das ist das Letzte, was ich brauche. Stachelfallen. So, was wollte ich? Scheiß Baum. Jetzt geht es vorwärts. Wir können Hartholz machen. Das heißt, wir können auch hier Ziegendinger ausbauen und alles. Wir können... Ey, das geht jetzt richtig los. Ab jetzt geht es bergauf. Okay, drei von meinen Tieren sind immer dumm. Irgendeiner findet da draußen das Essen. Die anderen drei sind doof. Ich brauche eine große Silbermilch, aber kriegt man hier wohl auch nicht. Habe ich die bekommen? Nö, schade. Hätte ja sein können. Kann ich die Hühner mit der Drachenfrucht füttern? Werden es denn Drachen? Das Hohn hat den Witz verstanden. Ich finde es gut, dass meine Hühner über meine Witze lachen. Finde ich gut. Wird dann schon mal nicht, äh, auf, äh, auf, äh, auf, 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 auf Schlachtbank gelegt. Merkt euch das. Wer über meine Witze lacht, ne? Der ist safe. Ach, ich habe jetzt vergessen. Ach, Mann. Warte. Warte. Wir brauchen auch noch mehr Käsemaschinen. Und was ist mit einer Joghurtmaschine? Gibt es die noch? Verkauf ich erst mal so. Hat noch Fragezeichen dran, also. Geht das? Okay. Wir gehen jetzt Fossile knacken und Sachen in... Äh, in die, in die, in die, in die... Sag schnell. In die Museum tun. Das klingt genauso, wie ich es aussprechen wollte. In die Museum tun. Während wir in die Museum tun, kann ich ein bisschen Gras kaufen. Ey, Junge, hast du ein bisschen Gras? Breitet sich hoffentlich genügend aus. Und wir gehen heute noch zum Hartholz, äh, Bereich. Das ist auf jeden Fall auch noch voll drinne. So, ich möchte gerne einmal nicht das. Ich möchte gerne das. Einmal das machen, bitte. Dankeschön. So, und die fossilen Überreste haben wir echt viele von. Was echt gut ist. Wir kriegen hier einen Triceratops zusammen. Mit Stegosaurus. Ah. Ah. Wow. Naja, wir haben ein paar... Wir haben ein paar Fossilstücke zusammengekriegt. Wenigstens ein paar. Habe ich das nicht? Ich habe das... Ich habe keine Ahnung. Bin verwirrt. 311. Mittelwand zugänglich. Ach, das gab auch noch 30 Punkte. Schön. 311. Oh, wir schaffen es. Ich glaube aber nicht, dass wir es im Herbst schaffen. Das kann ich mir schon gar nicht mehr vorstellen. Das wird ziemlich knapp werden, dass wir es im Herbst schaffen. Aber wir schaffen es definitiv noch dieses Jahr. Dass wir da noch Level abgehen mit. So, wenn ich mich richtig entsinne... Wir haben schon Triceratops Bein. Das ist zu, ne? Ja. Ich würde jetzt sagen, wir gehen jetzt zu diesem Mittelgang, ne? Da kriegen wir nämlich Hartholz. Cool. Cool. Danke. Wendem, aber danke. Ein Tischer-Schwalbenschwanz haben wir, glaube ich, schon. Hä, schon wieder einer? Sah der andere nicht gerade anders aus? Was ist das? Ach, eine Kastanie. Noch eine Kastanie. Es ist übrigens Herbst, ne? Finden wir nicht auch eine Titan-Wurzel? Im Herbst müssten wir die rein theoretisch finden. Tada! Seltener Scheiß. Es läuft hier heute, ne? Also heute, ganz... Äh, heute, ne? Und wir können jetzt hier in den Mittelgang. Ach, schön. Und hier liegen immer Hartholzbalken rum. Also nicht immer, aber hier kriegst du es eher. Hier haben wir, glaube ich, noch nicht die Geister-Mantes, oder? Nein. Oh, geil. Oh, heute läuft's. Hurra! Hartholz! Ja. Es ist nicht viel, aber es ist etwas. Wir können jetzt wirklich sammeln. Auch wenn es nicht viel ist. Aber wir können sammeln. Hier können wir leider noch nicht lang. Oh, das hier hinten würde mich interessieren. Das ist das Fossilienfeld hier oben. Also das... Das haben wir noch nie freigeschalten, aber ich weiß, dass da das Fossilienfeld ist. Und wir würden... Und wir finden hier mitternachts rum Geister. Die uns auch mal seltenere Sachen geben. Hier auf diesem Friedhof finden wir das. Du spürst, wie dir ein Schauer über den Rücken läuft. Hier finden wir das. Aber der kommt, glaube ich, erst ab 22 Uhr, wenn ich mich nicht irre. Geisterstunde halt, 22 Uhr. Mal ein bisschen aufräumen hier. Wie sieht denn das aus? Kann ja keiner langlaufen. So, wenigstens haben... Wir konnten jetzt wenigstens schon mal 14 Hartholz sammeln. Das ist schon mal was. Warte, aber brauchten wir das nicht für die... Ich glaube, eine Feige war, was die Göttin wollte, oder? Noch ein Fossilstück. Was ist denn heute los? Bin ich Film falsch? Grasshopper. Haben wir auch noch nicht gespendet. Alter, heute... Oh, oh Mann, ey. Es läuft halt so gut. Ich bin... Es läuft halt so gut. Auch wenn ich komische Geräusche höre immer wieder. Heute war so ein richtiger Glückstag. Wir haben Hartholz. Wir haben... Wir haben Osmium-Meteor bekommen. Es wäre geil, wenn wir nochmal so einen bekommen würden, aber das ist auch wirklich... Wirklich viel verlangt. Es wäre trotzdem cool. Wir hätten immerhin auch zwei Batterien-Meteoren. Also, wir haben... Auf unserem Hof sind schon drei Meteoriten eingeschlagen. So, ihr zwei rein mit euch. Das andere bringe ich... Der Jötte. Ich weiß gar nicht mehr, was die sonst noch haben wollte, herbsttechnisch. Ich glaube, es war eine Feige. Reis, Kürbis und eine Orchidee. Die Orchidee haben wir, glaube ich, angesetzt. Reis arbeitet dran. Kürbis arbeitet auch dran. Ist nur alles eine Frage der Zeit. So, was habe ich sonst? Die Titan-Wurzel, die Titan-Wurzel, wie Titanen... Wie heißt die richtig? Titanen-Wurz. Titanen-Wurz. Okay, cool. Die müssen wir in Honig verwandeln, denn... Komm schon, wir werden fertig. Denn der Honig ist... Selten. Und brauche die Göttin. Gras setze ich gleich mal an. Ach, ich würde sie gern verkaufen. Ging, ging. Den einen Müll verkaufe ich jetzt. Ich habe keine Lust, eine Truhe zu öffnen, weil ich ein fauler Hund bin. So, das Gras setzen wir noch an und dann gehen wir, glaube ich, auch schon ins Bett. Hier und da würde ich es so machen. Hier so ein Viereck und vor denen so ein Viereck. Ja, das wäre, glaube ich. So, der Rest breitet sich hoffentlich aus. Ich hoffe es. Ich hoffe, dass es sich ausbreitet. Und morgen gehen wir dann ein bisschen knacken und haben noch mehr für die Füßmuseum. Und da wird garantiert einiges neues Füßmuseum dabei sein. Garantiert. Und dann gehen wir auch gleich ein bisschen Kupfererz kaufen, damit wir es auch wirklich mal zusammen haben, den Scheiß. Damit wir endlich Glas machen können, weil das brauchen wir noch echt dringendst. Habe ich das eigentlich schon mal der Göttin gegeben? Ne. Gebe ich jetzt einfach der Göttin. Ich bin jetzt einfach mal knallhart. Die seltene Ressource gebe ich jetzt einmal der Göttin. Goldbarren finden wir schon genügend. Okay, wir brauchen auch noch Bronzebarren und Silberbarren. Müssen wir dann auch kaufen. Und Bronze-Seetang-Wasser hier. Dann haben wir die seltenen Ressourcen fertig. Da, die schwarzer Titan. Ist das jetzt ein Unterschied? Das müssen wir ausprobieren. Trüffelöl dauert noch ein bisschen. Pementiertes Zeug dauert auch noch. Das weiß ich. Ich kann euch das nicht sagen, wo wir das alles herbekommen. Das machen wir in ein paar Tagen. Scheunen Tiere, wir arbeiten dran. Monsterbeute. Wir arbeiten dran. Ich würde nicht behaupten, dass wir dran arbeiten. Wobei, wenn wir schon mal hier sind, es ist gerade abends. Dann können wir auch mal ganz kurz zurückgehen. Und sehen, ob wir neue, tatsächlich neue Tierchen fangen. Die wir vielleicht wirklich nächtlich brauchen. Ich wusste, dass du, du bist dieser Langbein. Den brauchen wir tatsächlich wirklich. Den brauchen wir wirklich. Das ist, glaube ich, dieser, dieser Kurzflügler oder wie der heißt. Aber der ist halt unsagbar schwer zu fangen, der Sausack. Wir können ja auch nochmal am Geist vorbeigehen. Vielleicht kriegen wir ja auch noch geistmäßig was. Toll. Jetzt kommen wir. Schnecke will ich nicht mitnehmen. Schnecke will ich nicht mitnehmen. Die Blattschneider werde ich jetzt aufbewahren, weil wir die in unsere Insekten-Dingens machen, wenn wir das fertig haben. Irgendwann. I'm not moving. Oh Gott. Den brauchen wir bestimmt auch noch. Der sieht schon so aus, als ob wir den brauchen. Sausack. Den haben wir garantiert gebraucht. Was ist denn der Zwischenweg? Jetzt hat er mich verlatscht. Pflaumenspanner. Vielleicht treffen wir auf den Geist. Da ist er. Huhu. Huhu. Wow. Hier hättest du jetzt wenigstens was droppen können. Der hätte wenigstens was droppen können. Sau. Ein Nachtfisch zu angeln. Komm schon, sei ein guter Fisch. Bitte. Das ist mein einziges Mal, wo ich die Angel jetzt auswerfe. Ach leck. Ah, das war ja wirklich ein Fisch. Ach kacke. Okay. Tun wir einfach so, als... Weiß ich nicht. Es wäre nichts passiert. Der ist so abgerissen. Ich kann da nichts für oder so. Sagen wir einfach, es ist nicht meine Schuld. Es ist nicht meine Schuld. Ich weiß nicht, ob die einen Unterschied machen. Okay. Silber... Silberbarren brauchen wir. Dann können wir das eigentlich auch gleich mal machen. Oh ne, können wir gar nicht machen. Können wir das nächste Mal machen. Tschüss. Wir haben gar nicht genügend Dingens. Öfen. Ich brauche aber auch nicht mehr Öfen. Nicht so, dass wir mehr Öfen brauchen. So, Bett. 9000 Geld. Das ist doch schon mal was. Na gut, der Dehydrator gab schon viel Geld. Sehr, 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 sehr schön. 9000 Geld kann man mitarbeiten auf jeden Fall. Na gut, wir sehen uns morgen wieder. Also, bis morgen. Ich muss jetzt weitermachen. Ich muss Hartholz sammeln. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020